Und damit Moinsen zu den wahrscheinlich brisantesten VfB-News seit, ja, langer Zeit. Ich meine, gut, wahrscheinlich lüge ich mir da auch in die Tasche, ne? Ich meine, wir hatten ja auch wieder Hitzesberger und Co. Und ja, na, brisanteste VfB schon immer. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf es hier hinausläuft. Mit den News fangen wir auch direkt dann gleich an. Gegen Ende dann noch ein bisschen im Schnelldurchlauf ein paar weitere News dieser Woche. Aber natürlich fangen wir an damit. Und ja, ist auf Twitter schon rumkursiert, der Spaß. So ein schönes Blättchen quasi rumkursiert. Einfach nur ein Screenshot von irgendeinem Text ohne Quelle und nix. Das wohl bei Union wieder 60.000 rein dürften. Das ist ab dem 5. Oktober rumkursiert. Auch schon die Idee mit einer Mini-Heimdauerkarte halt für die letzten 5 Spiele. So kommt es jetzt auch. Der VfB Stuttgart hat wieder ein volles Haus für Union, beziehungsweise ab dem Spiel gegen Union Berlin. Die geplante Corona-Schutzverordnung wird geändert. Oder die Planung wird durchgesetzt, dass sie geändert wird. Ich glaube, ab dem 15. Oktober müsste es sein. Genau eben von der Landesregierung Baden-Württemberg. Damit dürfen wir wieder voll auslasten. 60.000 unter eben Einhaltung der 2G-Regelung. Natürlich freuen sich alle drüber. Ich lese mal hier vor. Wir sind durch die Monate der Pandemie hindurch jederzeit verantwortungsvoll mit allen Auflagen umgegangen, um unsere Fans und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen. Für den VfB Stuttgart und seine Fans ist die neue Verordnung, der lang ersehnte vorletzte Schritt zurück in die Fußball-Normalität, mit dem die Einschränkungen für Geimpfte und Genesene wegfallen. Denn so Hitzesberger, wir brauchen unsere Fans und wir wissen, welchen Unterschied eine volle Mercedes-Benz Arena macht. Für die Atmosphäre, für unser Team und natürlich auch wirtschaftlich für den gesamten VfB. Daher freuen wir uns riesig auf diesen Tag und hoffen, dass möglichst viele Fans dabei sind. Wie es auch schreiben, das ist immer noch Wahnsinn, wenn man sich sowas nochmal vorliest oder mal ins Gedächtnis ruft. Das erste Mal seit März 2020 dürfen wir wieder volles Haus haben. Unglaublich, natürlich auch logischerweise Ausnahmen gelten für Kinder bis zum Alter von 5 Jahren, so wie schulpflichtige Kinder, die lediglich ihren Schülerstatus nachweisen müssen, Schülerausweis, Schüler-Abo, Schülerfahrkarte, Zeugniskopie, äußeres Erscheinungsbild etc. Und auch Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, dürfen mit ärztlichem Attest und tagesaktuellem Schnelltest weiter das Stadion besuchen. So, für alle zutrittsberechtigten Fans fallen zahlreiche Einschränkungen weg. Diesmal auch vor, die Maskenpflicht besteht während der Einlassphase, also vom Anstellen bis zum Ende der Kontrollmaßnahmen. Ab dem Zutritt in die Arena, also nach dem Drehkreuz, schreiben sie schön in die Klammer noch mit rein, entfällt die Maskenpflicht für die Besucher. Die Abstandsregelungen sind aufgehoben, ist ja logisch, weil wieder volle Auslastung heißt, auch eine volle Kanjlerkurve und volle Stehplätze nebeneinander. Und natürlich auch auf dem Platz. Wieder alles in Sitzplätzen, alles weg. Die Ticketpersonalisierung erfolgt über jeden Ticketkäufer. Dieser stellt die Kontaktnachverfolgung nachgelagerter Ticketnutzer sicher. Und dazu, wie gesagt, auch schon die Ankündigung hier auch schon gerne. Ab in die Kommentare, was sagt ihr? Findet ihr geil? Findet ihr nicht so geil? Habt ihr was gegen 2G? Ich will jetzt keine politische Diskussion haben. Im Praktikum ist es genügend wilde Kommentare jeden Morgen im Community Management. Aber wenn ihr es wollt, dann lasst doch gerne eure Meinung dazu da, zu 2G und wie auch immer. Und ist das alles fair und so, was wir jetzt hier machen mit Stadion und so weiter. Aber natürlich rein sportlich, rein VfB-Sicht. Was sagt ihr zu den News? Habt ihr auch schon Umfragen gemacht auf YouTube und auf Instagram. Da gerne abchecken. Und eben, es kam. Es schimpft sich nicht offiziell Mini-Dauerkarte, wie es in diesem Screenshot quasi am Anfang war, sondern typisch schwäbisch, passend zum VfB. Jetzt Dauerkärtle für 2021 sichern. Bedeutet ganz simpel, dass man einfach, ja, es ist ein Ticketpaket, dass man sich eben sichern kann für die letzten 5 Heimspiele dieser Saison. Also Union Berlin, Bielefeld, Mainz, Hertha und auch die Bayern, die da in der englischen Woche kurz vor Weihnachten noch kommen. Was da nicht mit drin ist, ist natürlich Pokal. Das ist ja auch noch. Pokal ist ja am 27. Oktober gegen Köln. Das ist nicht in diesem Ticket-Ding mit drin. Und auch sehr wichtig, es ist keine reguläre Dauerkarte. Ich habe ja auch mit Kollegen geschrieben, habe auch das Zeug ein bisschen nochmal gelesen, so bin ich ganz sicher bin. Es ist keine reguläre Dauerkarte. Es ist wirklich einfach nur ein Ticketpaket. Deswegen lese ich einfach mal ganz plump vor, was hier drin steht wieder. Informationen zum Dauerkarte, Gültigkeit, eben die Heimspiele habe ich ja vorgelesen, welche sind Preisersparnis bis zu 25% gegenüber dem Kauf von Tageskarten. Da komme ich gleich zu. Und eben hier, das Dauerkarte ist keine reguläre Dauerkarte, sondern ein Ticketpaket. Da erhält man nicht dieselben Rechte wie ein Dauerkarteninhaber, zum Beispiel Vorkaufsrecht. Und auch sehr wichtig, die Reservierungsserentie für alle Dauerkarteninhaber auf ihren Stammplatz bleibt bis zum nächsten, in Anführungszeichen gesetzt, regulären Dauerkartenverkauf unberührt. Und natürlich hier weiterhin wird es einen Tageskartenverkauf für die einzelnen Heimspiele geben, wofür alle Dauerkarteninhaber ein Vorkaufsrecht haben, unabhängig davon, ob sie eine Dauerkarte gekauft haben oder nicht. Heißt, in Kurzfassung, wenn man sich jetzt eine Dauerkarte holt, was ich auch in Betracht ziehe, was übrigens ab Montag am Start ist, also jetzt gerade haben schon die offiziellen Fanclubs ein Vorkaufsrecht, ab dem Montag, also 11. um 9 Uhr startet der Vorkauf für die Dauerkartenbesitzer, ab Dienstag schon der Vorverkauf für die Mitglieder und ab Mittwoch, dem 13. Oktober, da steht tatsächlich keine Uhrzeit dabei, aber ich tippe auch einmal auf 9 Uhr, der freie Verkauf. Aber Dauerkarte bedeutet, du bekommst am Montag oder wann auch immer du in den Vorverkauf reingehst, wirst du wahrscheinlich einen komplett freien Blockplan sehen, ein gesamtes Stadion, wo du auswählen kannst. Also du hast nicht, wie ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja noch drei Dauerkarten aus der zweitiger Saison, in 47e da oben, aber es wird nicht so sein, wie sonst bei Dauerkarten, dass du quasi reingehst und siehst, die drei Plätze hast du, willst du die verlängern? Ja, nein, sondern es ist wirklich freie Wahl, unabhängig von der Dauerkarte. Du gehst da rein, hast freie Platzwahl, außer die Karten, die schon weg sind, jetzt zum Beispiel offizielle Fanclubs und so weiter, was bei mir dann schon weg wäre, weil ich bin quasi in zweiter Linie dann dran, als Dauerkartenbesitzer, und hast freies Recht, und kannst da freigucken, welchen Platz du versichern willst für die letzten fünf Spiele eben, und das haben sie nicht geschrieben, aber so war es ja auch in dem Screenshot, der Rest hat auch gestimmt, also ich tippe mich mal, dass das auch stimmen wird, deinen richtigen Dauerkartenplatz, falls noch jemand, oder werden einige von euch haben in den Kommentaren wahrscheinlich eine Dauerkarte, da habt ihr ja euren Platz immer noch fest, außer Saison 19-20 mittlerweile, der zweite Saison, wo wir noch Dauerkarten hatten, den Platz habt ihr ja immer noch bei euch, ihr habt immer noch den Dauerkartenbesitzerstatus, und eben diesen Dauerkartenstammplatz, oder diese Dauerkartenstammplätze, wenn ihr mehrere habt, mit mehreren Kollegen da am Start seid, die habt ihr weiterhin sicher, aber eben nicht für dieses Dauerkärtle, da müsst ihr halt dann trotzdem leider in den Vorverkauf reinschwitzen, für dieses Dauerkärtle, wenn ihr eins haben wollt, aber für die richtigen, gescheiten, volle Karacho-Dauerkartenverkauf, den ich mal tippe, der eben ab der Rückrunde Zeit wird, also für die, weiß ich was, sind es dann acht oder so, sieben, acht Heimspiele in der Rückrunde, weiß gar nicht, wie viele genau sind, für die würdest du dann, glaube ich, einen richtigen, richtigen Dauerkartenverkauf haben, oder sie machen da auch irgendwelche Extraaktionen wieder mit Rückrundendauerkarte, das weiß ich aber nicht, aber wenn wieder richtig, richtig Dauerkarte ist, dann habt ihr da die Möglichkeit, euren Stammplatz zu verlängern, gehe ich fest davon aus, oder was ich auch in meinem Fall anhoffe, dass man eben diese Dauerkartenplätze, die du noch hast aus 1920, was ja auch sonst möglich war, in Dauerkartenverkäufen, vor der Saison dann normalerweise ja, dass du irgendwie tauschen kannst, weil ich würde gerne woanders hin, nachdem auch die zwei weiteren Dauerkarten, die ich habe, wegfallen, weil die Kollegen sich keine Dauerkarten mehr holen, würde ich gerne woanders hocken, weil sie in Versicht Ehe kennt den Blick noch aus der zweiten Liga, zwar nett, auch kann schon eine Kurve näher, aber ich sehe da vielleicht ein bisschen die Chance, gerade jetzt, dass vielleicht immer noch ein paar Leute zurückhaltender sind, dass man vielleicht noch eher da reingehen kann, wo ich auch gerade hocke, also so 34D und so hocke ich ja gerade, da würde ich auch versuchen, meinen Dauerkarten zu holen wahrscheinlich, vielleicht ist ja auch in der Rückrunde oder wann auch immer der richtig reguläre Dauerkartenverkauf dann stattfindet, hoffentlich ist es dann auch möglich, da eine Dauerkarte zu holen, in einem besseren Bereich quasi, das sind so die Infos dazu, zusätzlich Dinge, Verhaltensregeln haben wir ja gerade schon durchgegangen in Spaß, hier steht eben auch dran, Informationen zum Verkauf, freie Platzauswahl der Mercedes-Benz Arena, wir empfehlen Dauerkarteninhabern, ihre bekannten Stadplätze zu erwerben, also ist eine Empfehlung, ist nicht vorgeschrieben, wäre es mit der Dauerkarte verbunden, wäre es vorgeschrieben, das ist es nicht, wisst ihr ja mittlerweile jetzt und eben das, das finde ich auch sehr interessant, mobile Dauerkarte für Smartphone, Abruf nach Kaufbestätigung im Kundenkonto, mein jetzt gerade haben wir auch immer eine mobile Karte bekommen, für Smartphone halt, ein Mobile Ticket halt bekommen, aber halt dazu noch ein PDF, was man sich ausdrucken konnte, so wie es hier klingt, ist das nur mobil, vielleicht kann man, muss ich nochmal auf, muss irgendwann mal auf ich oder irgendwer mal auf Twitter nochmal nachhaken, beim VfB-Service geht ja, die antworten ja meistens, dass man eben da mal, ja, reinguckt, da reinhorcht, was genau es heißt, weil wenn es nur Smartphone ist, dann streckt es ja ein paar Leute ein, also es gibt immer noch Menschen, habe ich auch schon mitbekommen, die halt einfach, ja, die haben kein Smartphone, aber würden dann trotzdem gerne VfB gucken, so, und ich sehe auch nichts, was dagegen sprechen würde, halt weiterhin auch ein PDF zu geben, weil ich habe es auch immer so gemacht, dass ich das PDF hatte, es ausgedruckt habe und fertig war es, aber so wie es da klingt, ist es wirklich ausschließlich nur für Smartphone und nur Mobilticket, fragwürdig, aber gut, hält mich glaube ich auch nicht groß vom, groß vom Verkauf ab, wir können da auch direkt mal reingehen, eben in den, in die Preisübersicht hier, wir haben ja wie gesagt noch 5 Heimspiele, oder ich rechne nochmal nach, damit ich nicht kaum mit dumm bin, Union, Bielefeld, Mainz, Hertha, ja, wir haben 5 Stück, und da, in dem Bereich, den ich jetzt sitze, also, den man auch so kennt, aus der, aus dem Stadionplan halt, quasi der, der zweitbilligste Bereich, quasi, dieser grüne Bereich, den ihr kennen werdet, kostet 130 Euro Vollzahler, was bedeuten würde, wenn man es runterrechnet, dass man bei, ich mache es mal eben parallel, ich glaube wir waren bei 26, als ich es vorhin gerechnet habe, jo, 26 Euro, pro Ticket, ähm, für dieses Mini-Dauerkärtle, die sprechen da ja von 25%, äh, bis zu 25% gegenüber dem Kauf von Tageskarten, ich meine gut, gegen Hoffenheim habe ich jetzt auch 26 gezahlt, gegen Freiburg waren es irgendwie 25 oder so, gut, gegen Fürth waren es 34, klar, das war eine ganz wilde Aktion, Leverkusen war glaube ich auch irgendwie 27 oder sowas, ähm, regulär, ohne Dauerkartenrabatt, den es ja da einmalig gab, also, so viel Unterschied sehe ich da nicht, bei den meisten Spielen halt zumindest, ne, weil Union wird es keine große Anhebung geben, Bielefeld, Mainz, Hertha auch nicht, aber die Bayern halt, bei den Bayern kann es schon sein, dass du da halt nicht nur 26, sondern halt, weil das ich 35 oder an die 40 Euro zahlen könntest, aber ich sehe da jetzt keinen riesengroßen Rabatt im Vergleich zu den, ähm, ja, wenn man sich ja wieder Einzelkarten holt, was man bisher machen musste, weil wie gesagt, die waren auch bei 26 Euro, so zwischen 25 und 30 Euro waren die immer, können natürlich auch ein Wingschon in die Richtung sein, wenn sie trotzdem sprechen von bis zu 25%, dass sie halt auch die Karten wieder anheben vom Preis her, wenn sie wieder das gesamte Stadion Feeling verkaufen können, doof gesagt, wenn sie wieder das gesamte Ding ausverkaufen dürfen und eben das gesamte Feeling, die ganzen Ultras und so weiter wieder richtig vermarkten können, doof gesagt, kann es sein, dass halt auch die Tickets wieder ein bisschen hoch gehen, aber so, wenn ich jetzt auf den ersten Blick gucke, wenn ich das runterrechne, sehe ich jetzt keinen riesengroßen Effekt zwischen Einzelkarten und, äh, Minidauerkärtler eben, also rein in den Bereich, der mich interessiert, ähm, außer halt im Vorteil, dass du nicht jedes Mal in irgendeinen Vorverkauf reinschwitzen musst, ähm, für Stehplatz sind es 80 Euro, das sind es, glaube ich, 16 Euro im Schnitt dann, ähm, meine ich irgendwo vorhin gelesen zu haben, ja, 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 ich meine, da ist ja immer noch weiterhin viel mehr als sonst, ne, ist ja auch ganz klare Geschichte, bei der Dauerkarte 47e ist ja auch der gleiche grüne Bereich, da habe ich in der Bundesliga, glaube ich, im Schnitt irgendwie 20 Euro gezahlt, wenn man die Dauerkarte runtergerechnet hat, jetzt sind es ja da wieder 26, aber gut, trotzdem war es logisch und finde ich auch in Ordnung, dass sie diese Aktion bringen mit dem Dauerkärtler, ich werde es mir vermutlich ja auch holen, ähm, da ist es natürlich ein bisschen schade für manche auch, dass man halt nicht schon da seinen Dauerkartenplatz, seinen Stammplatz nicht schon da direkt übernehmen kann, dass man halt da auch schon früh genug dran sein muss, aber gut, so macht man halt auch den Fans, die vielleicht länger nicht im Stadium waren, das ist ein bisschen, ja, ähnlich wie irgendwie, das ist ja gefühlt wie so ein Weihnachtsding, du hattest ja öfter schon irgendwelche Ticketpakete, hier hast du eine Schale, die letzten zwei Heimspiele vor Weihnachten, so beispielsweise, dass du so vielleicht den paar Leuten das Ding schmackhaft machst, ähm, weil es natürlich auch die Frage ist, wie viele Kollegas dann da kommen, ne, da kommen wir auch gleich dazu, ähm, interessant ist da nämlich auch, es gibt keine Mengenbegrenzung für das Dauerkärtler, hat schon gemerkt, nachgefragt auf Twitter und eben das Service, die man direkt geantwortet, vom VfB, ähm, es gibt keine Mengenbegrenzung, das heißt, du kannst dir Real Talk am Montag, doof gesagt, 15 Dauerkärtler holen, ähm, die Frage ist da auch, die mich dann interessiert, falls man eben, wie es ich vielleicht vorab, auf Verdacht so ein bisschen zwei holt, also eine für mich und eben eine Wanderkarte, doof gesagt, wenn man eben keinen festen hat, keinen festen Kollegen hat, der immer mitkommt, aber weiß, irgendwer findet sich schon, dass man quasi einfach zwei holt, dann muss ich nochmal, das weiß ich gerade nicht auswendig, nochmal genauer gucken, wie es aussieht, mit der Nachverfolgung, ob du quasi, jede Karte ganz spezifisch, ähm, personalisiert hast und wie es mit der Personalisierung aussieht, ob man sagen kann, yo, da ist die Dauerkarte, wenn irgendwas passiert, ich hab sie, ich muss die ganzen Sachen melden oder ob es halt weiterhin richtig personalisierte Tickets sind und ich quasi nicht einfach diese zweite Dauerkärtle weitergeben könnte oder wie es dann auch mit den richtigen Dauerkarten aussieht, weil ich glaube, beim meisten, ich glaube in München und so Geschichten fallen glaube ich diese ganzen Personalisierungsgeschichten auch komplett weg, da müsste ich glaube ich auch nochmal beim VfB nachhaken oder müsste man beim VfB nachhaken auf Twitter beispielsweise, ähm, der eigentliche normale Verkauf, um das noch vollends abzuschließen, ähm, Union Berlin, ähm, der richtige Vorverkauf und auch Köln starten am gleichen Tag um die gleiche Uhrzeit, auch nette Idee, ähm, Mittwoch, Mittwoch, nämlich 13. Oktober, äh, um 9 Uhr beginnt der Dauerkartenvorverkauf für Union, da halt wieder maximal zwei Tickets, weil man eben ganz normale Einzeltickets holt, Donnerstags dann schon, äh, der Mitgliederverkauf und Freitag schon der Freieverkauf, das war sonst immer noch ein bisschen weiter verschoben, da war ja dann quasi Mittwochs Dauerkarte, Freitag Mitglieder und die Woche drauf am Dienstag erst Freierverkauf, jetzt hat man es alles ein bisschen enger aneinander gesetzt und eben Köln genau das Gleiche, Mittwoch, Dauerkarte, Freitag, Donnerstag Mitglieder und Freierverkauf am Freitag, das heißt, ich werde auf jeden Fall in Köln auch noch reingehen müssen am Mittwoch, weil es ja nicht im Dauerkarte drin ist, da werde ich in den Vorverkauf reinhüpfen müssen, ähm, und da halt auch wieder beschränkt, na, da sind es wieder zwei Tickets pro Dauerkartenbesitzer oder zwei Tickets pro Mitglied, ähm, hier der VfB News & Trash hat auf Twitter eine interessante Umfrage schon gemacht am 5., als eben das alles so ein bisschen kursiert ist, dass es sein könnte, dass wir wieder volles Haus haben, ähm, was glaubt ihm viele kommen würden, wenn wir da auslasten dürfen und die höchste Wahrscheinlichkeit tippt auf 40.000 bis 50.000, die zweithöchste auf 30.000 bis 40.000 und die dritthöchste auf 50.000 bis 60.000, das hält sich aber alles in einem ähnlichen Bereich, alles um die 30%. Bin auch ehrlich mal gespannt, also das erste Spiel ist halt auch Sonntag 17.30 gegen Union, also es ist nicht unbedingt das attraktivste der Welt, auch Pokal Mittwochabend immer ein bisschen schwieriger, auch wenn ich da assi Bock drauf hab, aber immer ein bisschen schwieriger, ähm, ich glaub nicht, dass wir direkt am Anfang 60.000 verkaufen werden, das würde mich wundern, aber ich glaub schon, dass wir so, ja, 40 würde ich halt wirklich, da würde ich glaub ich mitgehen bei so circa 40.000, natürlich ist ja auch die Frage auch, ja, legittes oder, ja, legitimes, äh, Argument zu sagen, ey, ihr kriegt nicht mal 25.000 voll mit 3G, aber ich glaub, dass da das Argument noch höher wiegt, dass einfach viele in den vollen Stadion wollen, mit vollen Ultras rein wollen, ähm, ja, und eben das volle Erlebnis haben wollen, einfach keinen Bock hatten auf so wenige, ähm, deswegen, ich glaub nicht, dass wir auch bei 60, wenn es angekündigt ist, ey, 60.000 dürfen rein mit 2G, dass das Ding dann weiterhin bei 24.000 bleibt, das glaub ich auf jeden Fall nicht, aber wird sehr, sehr interessant, das abzuwarten, ähm, was natürlich auch die andere Frage ist, sehr interessante Frage hier auf Twitter, was kommt schneller, alle geimpft im Block oder alle genesen in der Mannschaft, das wäre eine sehr, sehr interessante Frage, weil klar, du musst halt dann, ne, geimpft, genesen ins Stadion, logischerweise, wird es auch einige geben, hab ich ja vorhin schon gesagt, dass man da natürlich jetzt auch eine politische Debatte aufmachen könnte, auf die ich aber nicht groß Bock hab, ähm, ob das eben jetzt so geil ist, damit 2G und hier und da, äh, ist halt einfach so, ist einfach der Weg gerade, wie ist halt, anders geht's halt gerade nicht großartig, ähm, das heißt, jeder im Stadion muss 2G haben, auch jeder Security, jeder Mitarbeiter, whatever, muss 2G haben, da ist eben die große Frage, muss das die Mannschaft dann auch haben, oder sind die halt, ich glaub, die sind weiterhin durch dieses 3G-Arbeitsschutz- Verordnungsdings von der Bundesliga, glaub geschützt, im Endeffekt noch jeder mit 2G drin, aber auf dem Platz können irgendwelche rumrennen, die noch mit 3G agieren und Tests, ja, ist, ist interessant, aber gut, in der Mannschaft eine Impfpflicht einzuführen, ist, glaub ich, auch ein bisschen schwieriger, ähm, um es jetzt ganz provokant zu machen, die Überleitung, könnte man sagen, wäre vielleicht aber gar nicht mal so schlecht beim VfB, weil wir haben jetzt in Summe 4 Corona-Fälle, ich sag deswegen provokant, weil ich natürlich keinen Plassendunst hab, wer von denen genau geimpft ist, man kann sich auch als Geimpfter noch anstecken lassen, und eben den Corona-Virus haben, das weiß ich auch alles, ist alles in Ordnung, es war deswegen so beabsichtlich ein bisschen provokant genommen, ähm, weil ich mir schon vom Schnitt her vorstellen könnte, dass von den 4 Leuten dann wohl nicht jeder geimpft ist beim VfB, die jetzt eben jetzt in häuslicher Isolation am Start sind, das sind einmal Anton und Tommy, einen Tag später kam Bredo dazu, und glaub nochmal einen Tag oder zwei Tage später, war es jetzt ein Tag? Ah ja, war ein Tag, einen Tag später kam auch die News, dass Massimo aus der U21-Nationalmannschaft, ist ja gerade Lernenspielpause, ähm, abreißen musste, weil er auch positiv auf Corona getestet wurde, das heißt, wir haben vier Stück aktuell in häuslicher Isolation, kann man wirklich gerade sagen, Glück gehabt, dass Länderspielpause ist, ähm, jetzt am Wochenende das Spiel wäre ein bisschen doof, wenn wir so viel ausfällen, ähm, natürlich auch die andere Frage, wie ist der Verlauf bei den Kollegen, ähm, ist der gut, können sie dann auch gegen Klappbachspieler auf dem Platz stehen, oder fällt uns dann direkt ein Anton weg, wenn ich jetzt rein auf die Startelf gehe, ähm, was natürlich scheiße wäre, und natürlich auch die andere Frage, wie ist es denn bei denen, eigentlich müssen die jetzt wirklich 14 Tage in häuslicher Isolation, ich glaub's nicht, ne, weil, ich glaub, die haben doch auch irgendwie, die werden doch gefühlt alle zwei, drei Tage getestet oder sowas, wahrscheinlich, wenn jetzt ein Anton, nur gesagt in vier Tagen einen negativen Test vorweisen kann, dann ist der, glaub ich, auch da wieder raus, die Regelung weiß ich auch gar nicht so genau, der Fakt für uns hier, vier VfB-Spieler mit Corona, was absolut nicht so geil ist, ähm, und damit, ja, haben wir diesen langen ersten Part durch, ähm, der auch die News hier logischerweise komplett, äh, dominiert, alle Meinungen dazu rein, ich muss erst mal sagen, ich find's cool, 60k sind zurück, ich freu mich drauf, ähm, ich, wie gesagt, ich glaube, dass die 60.000 direkt gefüllt werden, freu mich aber auf ein viel, viel volleres Stadion, ein bisschen Hackmack ist noch mit Dauerkärtle und Dauerkartenverlängerung und hier und da, aber auch da freu ich mich drauf, dass wenn ich das weiß für mich, wie ich's mach, ähm, dass man dann auch nicht mehr für jedes Heimspiel in den Vorverkauf reinschwitzen muss, ähm, wird auch sehr angenehm, und eben da auch, wenn's nicht allzu viel ist, aber zumindest ein bisschen was, ähm, wieder, äh, ja, Normalität zurückkehrt, äh, auch in Sachen Kartenpreise, Normalität zurückkehrt, ähm, ist einfach der Schritt, die meisten gehen es auch, die Bayern gehen es, Frankfurt hat jetzt mehr drin, Dortmund, hab ich schon erzählt, in NRW und so weiter, auch in Hamburg, Bremen und so weiter, machen's das voller logischer Schritt, dass der jetzt kommt, ähm, die anderen Länder wie England, Frankreich und so zeigen auch, dass es funktioniert, ähm, deswegen, ich freu mich drauf, bin mal gespannt auf die Stimmung, auch zum Thema, stimmt, das hatte ich ganz im Hinterkopf, aber es kam nicht mehr, kam mir grad nicht mehr in den Vordergrund, jetzt kommt's wieder, ähm, eben zum 2G-Ding oder zum, zum Impf-Ding, Spieler ist das eine Thema, Fans dann natürlich auch, äh, aber ich glaub, dass wir bei unseren Ultras einen recht hohen Schnitt an Geimpften, glaub ich, haben sollten, die waren alle auch sehr, sehr, ja, vorbildlich in ihrer Außendarstellung, in dem, was sie getan haben, kann mich an Stuttgart Hilft erinnern und solche Geschichten, wo sie für, für ältere Menschen einkauft haben und so weiter, also ich glaub, oder auch irgendwelche Graffitis mit Stuttgart bleibt maskiert und sowas, hieß es, glaub ich, glaub, dass wir da sehr, sehr verantwortungsbewusste Fans haben und deswegen, glaub ich auch, dass die Stimmung quasi komplett zurückkehren könnte, ich glaub, dass wir einen sehr, sehr hohen Impf-Schnitt haben bei unseren, äh, Ultras oder eben der organisierten Fankultur, sieht man jetzt schon, dass auch jetzt schon einige wieder im Stadion waren, äh, aber es wird natürlich noch, noch mehr, wenn es das volle Stadion wieder ist, ähm, ja, damit stießen wir diese Kategorie ab, ähm, sind schon mal 20 Minuten, deswegen versuche ich die nächsten Dinger ein bisschen schneller noch runter zu hustlen, ähm, wir geben ein dickes, dickes Lob raus aus unserem Rund 19, am 2. Oktober die Bayern im Auswärtsspiel mit 4 zu 1 deklassiert auswärts, sehr, sehr geile Nummer, ähm, Tibi Dieder auch am Start, ein großer Name, äh, dem wir uns merken können, auch ein Kastaneras, äh, Kastaneras können wir uns auch merken, ähm, Rekorde wurden gebrochen, war mal unser Spieler jetzt nicht mehr, aber, ja, eine VfB-Zweinliga-Legende, sag mal so, Simon Terodde hat seinen 153. Zweitligatreffer erzielt und hat damit den Torekort in der 2. Liga eingestellt, Legende für seine 25 VfB-Aufstiegstore, Sensationskicker gewesen in der 2. Liga, 16, 17, war eine sehr schöne Saison, auch wegen seinen Hütten, ähm, ich dachte, dass die Abstimmung hier schon durch wäre, sie ist es aber nicht, weil ich gerade noch abstimmen konnte, deswegen macht das gerne auch noch, Oma Mamush ist nominiert für den Rookie of the Month, also halt Nachwuchsspieler des Monats, duelliert sich da mit Guardiol von Leipzig und Backer von Leverkusen, ja klar, keine schlechten Namen, aber ich glaube, rein an der Fanbase her, kriegt man das hoffentlich mit VfB, mit VfB-Online-Action hin, dass da, da Mamush das Ding rockt, bin mal gespannt, was da in der Auflösung kommt dann, ähm, auch sehr schön die Rückkehrer und auch beide zusammen, ein traumhaftes Video für jeden VfB-Fan, äh, Eklow und Silas arbeiten zusammen an ihrer Rückkehr auf dem Rasen, da hat der VfB gepostet, bleiben bei Silas, weil der Kollege ja auch, äh, Geburtstag hatte diese Woche, ähm, da gehen die, auch wenn es, soll es, bringt es eigentlich Pech oder so, gab es da nicht irgendwas, aber auf jeden Fall trotzdem, äh, herzliche Glückwünsche an Silas, Kartonpa, Wumpa, nachträglich zum Geburtstag, ähm, jetzt auch bei SoFIFA, ich habe ja einen Artikel geschrieben gehabt, über die VfB-Ratings und so weiter, auch für ein Praktikum, das Video haben wir hier gemacht und Geschichten, äh, hat er auch geschrieben, dass man im VfB auf die Karrieremodus gucken kann, auf die, ähm, Potenziale, jetzt sind sie bei SoFIFA zumindest mehr oder minder raus, ähm, klar ist auch immer noch ein bisschen dynamisches Zeug, also du kannst ihn noch höher bringen, glaube ich, äh, aber so rein von dem, was SoFIFA dir zeigt, kann ein Müller auf eine 82 hoch, ein Mafropanos auch, Mangala kann auf eine 81 hoch, Sosa auf eine 82 kann hoch, Koulibaly hat Potenzial bis zu 81, Bejas auch bis 81, Silas bis zu einer, 84, Kaleitschisch kann bis 82 gehen, Fahir auch kann bis zu einer 84 gehen, er startet mit einer 64 ja erst rein, äh, Sanko ist ja noch nicht dabei, da hätte mich auch das Potenzial mal interessiert, lustigerweise auch ein Mafio, der noch hier halt, äh, immer noch offiziell auf Laie ist, also auch, ja, im Karrieremodus zurückkehren könnte zum VfB nach Laie, äh, selbst Serkan auf eine 82 hoch, ähm, ja, sehr schöne Geschichten, sehr, sehr viele hohe Ratings, auch ein Führer, ich kann auf eine 79 hoch, Klimovic auf eine 80, ähm, auch Anthony kann auf eine 78 hoch, was ich hier so sehe, Mamosch kann bis auf eine 79 hoch, aber das ist ja auch nur ein Leihspieler in, in FIFA und in Real Life, Eklov kann bis auf, bis zu einer 80 hoch, auch, äh, Sissé, Momo, Sissé kann bis zu einer 78 hoch, ähm, da wie gesagt, ist der Link sowieso, wie alle anderen Links wisst ihr ja auch Bescheid in der, äh, in der Videobeschreibung, falls ihr da mal genauer durchklicken wollt, oder ihr zogt einfach den Karrieremodus selber, äh, wo ich mir jetzt hier nochmal schnell durchklicke, ist auch beim Thema, äh, ja, VfB, ähm, Bewertungen im, in Real Life, sag mal so, einfach in Real Life, weil da kam jetzt auch ein Update vom Transfermarkt.de, ähm, Florian Schock hat eine Steigerung bekommen, äh, von 75.000 auf 200.000 hoch geht der Marktwert, ähm, ich klicke jetzt mal ein bisschen durch, bis ich die Leute habe, die quasi auch eine Steigerung bekommen haben, äh, Al-Gadui geht hoch von 500.000 auf 800.000, ähm, auch Ito geht hoch von 550.000 zu fast einer Million, 900.000 geht er hoch vom Marktwert, ähm, sonst ist einiges unverändert geblieben, auch bei Verletzten natürlich logisch, dass es unverändert geblieben ist, manche sind auch runter, ähm, die Davies gleich geblieben, okay, der ist nämlich runter, Tommi ist auf 1,8 Millionen runter, der war bei zweieinhalb Millionen davor, ähm, Milo ist um 100% hoch, also von einer Million auf zwei Millionen Marktwert, Stenzel ist runter von zweieinhalb auf zwei Millionen, Karasso ist gleich geblieben, finde ich ein bisschen schade, ähm, führe ich auch gleich, Massimo ist hoch, zweieinhalb Millionen, auf drei Millionen hoch gestiegen bei dem Kollegen, ähm, Förster auch, Gotteslästerung wieder nur bei dreieinhalb Millionen, äh, Mahmush ist auch 100% hoch, von zwei Millionen auf schlappe vier Millionen, Marktwert ist der Kollege hoch, auch von Fahir direkt hoch, obwohl er noch nichts gemacht hat, doof gesagt, aber halt direkt dieser Ligenwechsel halt, ähm, von den Schläger in die erste Liga, äh, 50% Steigerung von drei Millionen auf viereinhalb Millionen ist der Kollege hoch, Koulibaly weiter bei fünf, Klimawitsch auch weiter bei fünf, ähm, Afropanus auch bei sechs Millionen, äh, und wir kriegen den nächsten Sommer für drei, das ist so lächerlich, Müller bei acht Millionen, Kempf acht Millionen, das sind so die höchsten, äh, Anton neun, Endo zehn, Sosa 16 Millionen, ist einfach auch ein unfassbarer Markt, dieser Außenverteidigermarkt, Sascha 22, Mangala 22, und ganz vorne Silas Katumpa am Wumpa, mit 25 Millionen, Marktwert, ähm, ja, das Marktwerte aber auch nicht immer alles Aussagen hat, das hat die Teschminderlager gezeigt, das ist wieder eine, ja, das ist wieder ein Themenübergang aus der absoluten Hölle, egal, äh, Teschminderlager gegen Sandhausen haben wir gefeiert, ähm, zweimal 35 Minuten haben wir gespielt, eins zu vier verloren, unser Tor hat gemacht, äh, Matteo Klimawitsch, aber immer mal guckt, wer gespielt hat, auch die ganzen Corona-Fälle und Länderspielpause, ne, ähm, Florian Müller, Kempf, Milo, Stenzel, Karasroff, Kapitän, Förster, Klement, Klirovic, Ito, dann eben Polster, Kudala, reinkam noch Schock, Bazzoli, Fahir, Kowol und Musa C.C., ähm, und jetzt wird's komplett random, also letztens, krieg ich auch gar keinen Übergang mehr hin, also Peter Perchtold, unser Co-Trainer, ähm, hat jetzt die UEFA Pro-Lizenz bekommen, ähm, ähm, also die höchste Real-Lizenz erfolgreich abgeschlossen, sehr, sehr schön, also beim österreichischen Fußballbund hat er die gemacht, die einjährige Ausbildung, und ganz zum Schluss auch ein schönes Ding, passt auch so ein bisschen persönlich zu mir, ich hab ja schon, Gott, fünf Stück sind es jetzt, glaube ich, äh, Diakonie-Ferien-Shops, äh, auf dem Buckel, immer wieder sehr, sehr schön, für die drei, vier, fünf Wochen Ferien-Shops, immer sehr, sehr schöne Aktion, und da, äh, ist auch eine Geschichte dabei, nämlich, dass, äh, äh, im Remstal-Werkstätten in Weiblingen, äh, vor der Diakonie-Stätten eben, werden die Fan-Adventskalen des VfB Stuttgart befüllt und eingetütet von den Mitarbeitern dort, äh, finde ich sehr, sehr schön, äh, ganz besonderen Auftrag für die Mitarbeiterinnen mit Behinderung und psychischer Erkrankung, ein tolles Kooperationsprojekt mit dem Bundesliga-Verein, ähm, schöne Geschichte, schöne Geschichte, schöner Abschluss, ähm, sehr schöne Podcast-Folge geworden, finde ich, also sehr schöne News dabei, gerade der Anfang natürlich wieder sehr, sehr viel zum Thema 60K, äh, und auch einen schönen Abschluss hier gefunden mit dem Diakonie-Ding, das, ja, bringt mir ein kleines Lächeln ins Gesicht, wenn ich sowas lesen darf, ähm, sonst macht euch ein schönes Wochenende, Jungs und Mädels, morgen oder übermorgen eher, äh, oder, ja, zwischen Samstag und Sonntag auf jeden Fall kommt der Jugend-Podcast an, ist ja wieder der Länderspiel-Pause, also die zweite Ausgabe davon kommt, ähm, den nehmen wir vermutlich morgen nach dem U, nach dem U21- oder VfB2-Spiel eben auf, äh, im Laufe des Abends, im Laufe des Tages, ähm, sonst wie gesagt, gerne alle Meinungen in die Kommentare, alles gerne da, ähm, es sind ja Themen, die man auch absolut, 60.000 zurück beim VfB, ein bisschen Normalität kommt zurück, ähm, ich glaube, ich setze mich auch mal an so einen kleinen Zusammenschnitt ran von, ja, einfach Fans und Stimmung, so ein Comeback-Video, das war ab wie schon ewig vor, muss ich glaube ich auch wirklich dann auch machen, wenn es wieder richtig 60.000 rein dürfen, ähm, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.